Wankelmuth ist bei uns auf der Streaming-Stage. Hi! Hallo! Auch als Jakob bekannt. Magst du das einmal, dass ich dich mit dem bürgerlichen Namen anspricht? Ja, mit dem bürgerlichen Namen bitte, ja. Jakob, wie geht's dir? Wo kommst du gerade her? Mir geht's super. Ich komme gerade von unten, aus dem Tal. Nein, aber ich komme aus Berlin. Bin gestern angereist und genieße jetzt hier die Szenerie und die Party. Und die wird großartig. Wenn du zurückdenkst an eine Tochter, du bist schon länger dabei, seit Anfang der Zehnahre. Was ist dein Lieblingsmoment so bisher in deiner Karriere? Da sind sicher einige dabei. Oh, ja, also der absolute Lieblingsmoment ist natürlich super schwer. Da gab's einige Highlights. Hab natürlich, hab auf jedem Kontinent gespielt. Ich will lieber in Afrika aufzulegen, also Afrika Burn. Also die afrikanische Variante des Burning Man war sehr, sehr interessant und spannend. Zürich Street Parade war mega geil. Vor 30.000 Leuten spielen, das war ein bisschen... Uhuhu! Andere Geschichte. Und ja, Melt Festival vor Ewigkeiten war super. Also ich lieb's einfach aufzulegen und deswegen freu ich mich, dass immer wieder Highlights kommen. Und auch dieses soll ein Highlight werden für uns und für dich. Zwei Tage Alpürkorn Festival. Worauf freust du dich besonders? Ähm, also ich freu mich auf jeden Fall gleich darauf, da oben vor dieser Kulisse auflegen zu können. Hier im Sonnenschein und mit dem Bergwind um die Nasen und dann heute Abend in der Postalm. Also ähm... Geht die Post ab? Ich hoffe es sehr. Also gestern Abend waren wir schon da essen und da war schon super Stimmung und dann morgen würde ich mir glaube ich noch ein bisschen Sauna gönnen. Oh, fein, das braucht man dann nachher, nach der Party. Aber was dürfen wir sonst in nächster Zeit von dir erwarten? Ist irgendwas geplant? Sagt, da ist eine Kollaboration neu. Ich habe ein sehr spannendes Jahr vor mir, weil ich mal wieder mit einem Major-Label, mit Warner zusammenarbeite und ein paar mehr radiofokussierte Singles rausbringe. Die nächste kommt auch in, ich glaube drei Wochen, also die erste aus dem Paket mit Coach Harrison. Der ist jetzt momentan auf dem aufsteigenden Ast wieder, er macht es auch schon seit, wir kennen es schon ewig, mit Marlon Hofstadt zusammen, DJ Daddy Trance. Ich weiß nicht, wem das was sagt, aber der ist sogar ganz heiß gerade. Genau, mit dem habe ich eine richtig fette, fast schon rockige Single, aber natürlich Housebeat drunter und auf die freue ich mich sehr. Und dann, ja, Two Room, Helldeep, Defected, Club Releases, also es kommt einiges. Für alle, die schon beim Alpecon Festival sind oder alle, die jetzt reinfahren zu uns ins Skigebiet Hochzeillertal, Kaltenmach, wo geht es jetzt für dich hin, wo wird man dich jetzt gleich sehen? Jetzt gleich auf der Platzlalm, Platzalm, ich bin mir nicht ganz sicher, Platzl, genau, da bin ich gleich zu sehen und dann heute Abend, ich glaube ab 10 in der Postalm, genau. Und dazwischen schaue ich mir ein bisschen die Berge an. Den Livestream an. Den Livestream an, genau. Für alle, die online mit dabei sind, auf alpecon.at, über die ganzen Socials für euch geht es jetzt exklusiv weiter, zum ersten Mal heuer auch mit unserer Streaming-Stage. Jakob deutet schon hin, rüber nach rechts, da steht nämlich N-Ray, ein Shooting-Star, schon jetzt über 5 Millionen Spotify-Streams und das zurecht. N-Ray, Bühne frei. Woot! Woot! Woot!